Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat für Servicezwecke, für ein Milchsammelfahrzeug. Das Kühlaggregat ist für 24 Volt und wir haben hier einen Kondensator, einen Lüfter, der druckgesteuert ist über den Pressustaten. Wir haben dann einen Filter, ein Schallglas und einfach hier nur zwei Leitungen, weil momentan ist das kein Anschluss da. Der Kompressor ist ein Dampfers, heute SECOP BD350F für R134A. Das gleiche Aggregat gibt es auch mit dem Kältemittel R290, also absolut ökologisch und brennbar. Mehr kann ich zu diesem Kühlaggregat nicht sagen. Das ist das Datenblatt. Das Datenblatt verlinke ich euch unten drin vom Kompressor, vielleicht sonst eine Verlinkung. Und hier drüben ein ähnliches Kühlaggregat, aber eben auf R290, auch für ein Milchsammelfahrzeug. Ich wünsche euch einen schönen Tag.